Wir kommen in diesem schicken Ford Cougar Trend 2x4 mit viel Sonderausstattung. Wir freuen uns über den Besuch bei Autos Bismarck. Der Motor dieses Cougar ist Schadstoffarm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Der niedrige CO-Ausstoß und der Partikelfilter bescheren eine günstige Kfz-Steuereinstufung. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und anklappbar mit Umfeldbeleuchtung. Hier sitzen sie hoch und hier steigen sie hoch ein. Das ist äußerst bequem. Abgedunkte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Dieser Cougar kommt mit 17 Zoll M&S Reifen und Stahlfellen. Auf Wunsch bieten wir auch Leichtmetallfellen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sportsitze bieten viel Seitenhalt und sind sehr bequem. Fußmatten und ein Schickstilleisten gibt es bei uns natürlich dazu. Für Ihre Sicherheit sorgen sechs Airbag, ABS und ESP. Nebellampen vorne und ein Tagfahrlicht. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sichert bestes Wohlfühlklima. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Muskulös, sportlich und dynamisch. Mit diesem Cougar werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie, europaweit. Auf Wunsch auch erweiterbar bis auf fünf Jahre. Kommen Sie doch vorbei und fahren Sie in Probe. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss! Musik Musik